Hier ist Chris Mea von Tops of Fashion und ich stehe hier live beim Mercedes-Benz Fashion Week Zelt und habe hier getroffen Judy Winter. Hallo, Sie sehen heute Abend fantastisch aus. Oh, danke. Ja, ich wollte Sie fragen, was tragen Sie heute? Das ist eine Eigenkreation. Eine Eigenkreation? Ja. Und die haben Sie hier designt? Ja, die habe ich. Also ich habe gesagt, was ich möchte und das hat man dann so umgesetzt. Also ich finde es ganz schön. Sieht wirklich fantastisch aus. Das kann ich. Dann werden Sie sich jetzt gleich die Kilian Kerner Show ansehen. Ja, deshalb bin ich hier, ja. Der interessiert mich schon seit Jahren und ist einfach ein, man weiß nie, was einem blüht. Also ich meine, der ist immer anders und der ist sehr fantasievoll, finde ich. Das stimmt, der sorgt hier immer für Überraschungen. Ja. Und von welchem Designer würden Sie sonst gerne noch mehr sehen? Ach Gott, da gibt es einige. Da gibt es einige. Also da kann ich jetzt nicht Ideen raussuchen oder den, aber ich weiß gar nicht, wer hier alles noch ausstellt, also von den Berlinern. Aber es gibt schon einige, die mir sehr gut beworben. Ja, hier haben wir natürlich auch gerade viele junge Designer, die sich endlich mal präsentieren können und hier in der Große. Ja, ich bin ja bestimmt gar nicht. Aber ich bin ja sehr konservativ und immer sehr klassisch, aber das steht Ihnen auch sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen, vielen, vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.